Der Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet hat die Bundespolizei bisher registriert. Ihre Zahl dürfte jedoch deutlich höher liegen. Allein in Polen sind bisher mehr als 2,3 Millionen Menschen aus der Ukraine angekommen. Insgesamt sollen bislang fast 4 Millionen Ukrainer ihr Land verlassen haben. Die Innenminister der Europäischen Union treffen sich heute zu Beratungen in Brüssel. Dazu ist uns Roman Rusch in Brüssel zugeschaltet. Worum geht es insbesondere bei dem Treffen heute Nachmittag? Es geht natürlich um die Verteilung der inzwischen knapp 4 Millionen ukrainischen Flüchtlinge innerhalb der EU. Und es geht auch um finanzielle Unterstützung für die aufnehmenden Staaten. Brunen hat knapp 2,3 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Sie haben es gerade eben schon erwähnt. Und auch durchblicken lassen, dass es erstmal keine Weiterverteilung dieser Flüchtlinge anstrebt. Aber finanzielle Unterstützung ist natürlich erwünscht. Und etwas anders sieht es auch bei Nachbarstaaten aus, die unter Umständen gar nicht zur EU gehören, aber viele Flüchtlinge aufgenommen haben und eben auch zunehmend mit dem Zustrom überfordert sind. Insbesondere Moldau. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hat ja auch inzwischen seine Schätzungen ein bisschen angepasst und rechnet nicht mehr mit 6 oder mit 7, sondern über 10 Millionen ukrainischen Flüchtlingen in den kommenden Wochen und Monaten. Und da liegt dann auch eine nicht zu unterschätzende Dynamik vor. Welche Fragen werden denn konkret diskutiert? Also zwei Fragen dürften besonders intensiv diskutiert werden. Die erste ist die, ob man so etwas wie feste Quoten für die einzelnen Mitgliedstaaten, für die Aufnahme von Flüchtlingen festlegen soll. Das ist natürlich in Brüssel auch ein gewisses Reizwort. Da gibt es schlechte Erfahrungen mit. Man konnte im Vorfeld bei der deutschen Innenministerin Faeser dafür eine gewisse Sympathie erahnen. Quoten sind allerdings, wie gesagt, ein Reizwort. Das hat sich bei den Flüchtlingen, die aus Syrien und aus afrikanischen Staaten kamen, nie besonders gut durchsetzen können. Und wir erinnern uns auch an die Prozesse, die dort geführt worden sind. Polen, die Slowakei haben dagegen ja auch juristische Mittel eingelegt, sind sogar verurteilt worden damals vom Europäischen Gerichtshof, die Flüchtlinge aufzunehmen und haben sich dennoch nicht dran gehalten. Also insofern ist das etwas, was heute diskutiert werden kann und sicherlich auch wird. Und auf welche Geflüchteten sollen sich diese Quoten denn beziehen? Da schließt du ein bisschen an, an diese erste Ausführung, die ich gemacht habe. Auch das wird vielleicht eine Streitfrage werden. Offiziell redet man natürlich jetzt über die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer. Aber es gibt ja auch noch viele andere Flüchtlinge, die in die EU kommen. Und wenn man nun feste Vereinbarungen macht, welches Land wie viel davon aufnehmen soll, dann wird ja unweigerlich auch die Frage aufkommen, ob Länder andere Flüchtlinge, die sie aufnehmen können, nicht damit verrechnen oder die anrechnen können. Da könnte man beispielsweise an Malta denken oder auch an Italien oder an Griechenland, die ja sehr viele Menschen aus Afrika oder Asien aufnehmen, die über andere Flüchtlingsrouten kommen. Das sind aber wiederum Flüchtlinge, die Ungarn oder Polen ja konsequent verweigern, wo sie sagen, das gehört nicht zu unserem Kulturkreis, das ist auch religiös anders geprägt. Da sind sie eher dabei zu sagen, wir nehmen möglichst viele Ukrainerinnen und Ukrainer auf. Und da wird es vielleicht zu der Fragestellung kommen, wie kann man das verrechnen, wie kann man die Lasten dort fair vergleichen, verteilen. Und können die Staaten, die ohnehin schon sehr schwer durch die anderen Flüchtlingsbewegungen belastet sind, das mit einpreisen bei der Frage, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer soll denn nun jeder EU-Staat aufnehmen. Ganz grundsätzlich ist es so, dass die EU nicht von oben anordnen kann, wie viel die Länder an Flüchtlingen aufnehmen. Das sind Dinge, die eigentlich die Nationalstaaten in ihrer Kompetenz drin haben. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmekonstellationen, in denen Brüssel sagen könnte, das müsste er jetzt aber dennoch tun. Wir hatten einmal die Situation, ich habe das eben erwähnt, wo es einen Mehrheitsbeschluss gegeben hat, wo dann Staaten wie die Slowakei und Ungarn vor den Europäischen Gerichtshof gezogen sind, dagegen vorgegangen sind. Bei diesen Resettlement-Bestimmungen, die unter ganz, ganz bestimmten Umständen erfolgen können, wenn ein Land quasi überrannt wird von gewissen Flüchtlingen und als EU-Staat überfordert ist, dann kann man temporär, also zeitlich befristet solche Maßnahmen verfügen, auch mit einem Mehrheitsbeschluss beschließen. Aber im Grunde ist es so, dass die Mitgliedstaaten dort autark sind, selbstständig sind und Brüssel nicht von sich aus solche Quoten anweisen kann. So hat auch die Flüchtlingskommissarin Johansson, die Innenkommissarin Johansson, Flüchtlingskommissarin durchblicken lassen, dass sie zumindest, was starre Quoten betrifft, erstmal dagegen ist. Und das dürfte auch etwas sein, was heute sicherlich nicht von ihr ausgehen wird, wenn sich die Innenminister und Justizminister ab 14.30 Uhr hier in Brüssel versammeln und über diese Fragen diskutieren. Vielen Dank, Roman Rösch, für die Einordnungen aus Brüssel. Gerne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020